So, da sind wir wieder. Ihr seht schon, wieder mit Mario Kart. Wir haben gestern die 7000 Punkte erreicht. Jetzt geht es natürlich weiter auf die 8 Kart. Mein persönlich großes Ziel sind die 10.000, weil die 10.000 haben nicht so viele. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man einen in der Lobby hat mit 10.000 Punkten, denkt man sich immer nur so, oh Gott. Aber wie gesagt, wie immer, wer Bock hat vorbeizukommen, einfach auf Twitch, einfach Kart 8, 6. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.